Die Perceptive ist mit ihrem Produkt Saperion File & Share auf dem Business Marketplace der Deutschen Telekom vertreten. Der Business Marketplace ist eine Online-Plattform der Deutschen Telekom, auf dem mittelständische Unternehmen Cloud-Software buchen können auf Monatsbasis. Wir bieten da verschiedene Kategorien an, unter anderem Kollaborationstools und Online-Speicher und dort ist Saperion File & Share vertreten. Da haben sie natürlich auf der einen Seite den Mehrwert, den Saperion File & Share als Produkt bietet. Sie können sehr einfach mit dem Produkt im Team zusammenarbeiten, Dokumente teilen und zugreifbar machen und das wissen dort ihre ganzen Daten sicher in deutschen Rechenzentren gehostet. Und natürlich die Vorteile, die der Business Marketplace bietet, da haben sie halt alles aus einer Hand der Deutschen Telekom, auch noch verschiedene Applikation und können hier drüber die Benutzer verwalten. Alle Produkte kann man 30 Tage lang kostenlos testen und dann können sie sich entscheiden, ich möchte das Abonema verlängert oder nicht. Wir haben das Produkt Saperion File & Share ja zur CeBIT gelauncht auf dem Business Marketplace. Das bedeutet aber nicht, dass er jetzt Schluss ist, sondern wir entwickeln ständig mit Perceptive zusammen das Produkt weiter, nehmen Kundenfeedback auf und arbeiten das ein. Und wenn sie wollen, können sie es ja gerne einfach mal ausprobieren auf dem Business Marketplace, testen und dort ihr Feedback geben. Würden wir uns freuen.